Ja, hallo, erst mal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der letzten Folge hatten wir auch gemeint, wir wollen mal hier da die Dinger einsammeln. Und dann habe ich rausgekriegt, wo das Geräusch herkommt. Da hinterm Haus, da ist noch so einer, der irgendwie so ein großer Dicker, der umherhaut. Da scheint auch noch was zu geben. Da waren wir auch noch nicht, ne? Ich glaube, in der Richtung waren wir noch nicht, oder? So. Mal gucken, was passiert, wenn wir in Bord und Kreise gehen. So, Kügelchen, nur noch eine bei. Ich will auch nicht rasten. Kriegen wir die bei den Kügelchen auch weg? Das war ja schon mal schön. Blöder Tausch, ne? Ein Kreise, drei sitzen da. Okay. Äh, langsam geht diese Bruder aus. Ja, die tauchen ja immer wieder auf, die Jungs, ne? Und Mädels. Ja. Was ist denn, wenn wir in Phantom-Kuhn einmal reinmachen? Kostet ja auch, nee, kostet zwei, ne? Uuuuh. Geht natürlich schneller. Oh, jetzt haben wir keine mehr. Jetzt müssen wir runter. Langsam. Gefordert hier jetzt ausateln. Uuuuh, was ist das? Alter, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, na, 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 na. Aber, na, 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 na Oh ja, Köpisser. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Hey! 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 Oh, da kommt ein Klockenspieler. Hau ab! Hau ab! Ich bin hier nur noch am Springen. Ist jetzt Ruhe hier im Turm? Oh, keine Geister entgegen. Dreh dich um, Klockenspieler. Das ist Statue. Ah, wieder hin. Dreh dich um, Klockenspieler. Aha! Ausgegriffen! Warte, wir schauen jetzt noch kurz hin. Ach gut. Der ist hinter uns. Der Glocken. Waren wir hier schon? Oh ja, Eiten, Eiten, Eiten. Göttliches Konfetti. Gelbe Schießkuchen. Noch besser. Können wir auch mal wieder zum Mal roten Tempel reisen. In der Schienerfahrt. Oh, der Turm. Ah, komme nicht hin. Okay. Äh. Jetzt. Ja. Oh. Verbissert. Kostbarer Adamantit. Schrott-Dings. Bunkse. Tja, du läufst ja nicht ganz weit. Ich will noch den Ding da unten kaputt haben. Der da. Oh, da ist noch was. Da liegt ein Konfekt. Ich hoffe, die anderen... Baut deine Freunde. Oh, es sind ja zwei. U2. Alter, alter. Lasst mich in Ruhe, weil es hier noch... ... Assch in der Sache. Habe ich alles interessiert. Warte, machen wir das wieder raus, ne? Nehmen wir in der Mauer einen bohrenden Kreisel. Alter, was ist denn hier los? Mit den Hammern, die waren ja auch nicht ohne, ne? Und die haben so viele komische kleine Zeuges hier. Da, da, links von uns noch. Wenn wir da so einen großen übernehmen könnten, aber geht nicht. Wir haben nur zwei so eine Geister-Symbol. Okay. Aber man kann hier gut fahren, ne? Wir haben schon wieder 6800. Aber ob ich das machen will, hier unbedingt zu fahren? Oh! Oh! Schuss! Those sind ja alle 100. Die beiden, ok. Aber zwei sind nicht so viele. Da liegt noch was. Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Dreh dich um. Dann kann ich dich um. Kill. Ja, beruhig dich. Die kommen gleich zu mir. Oh, da ist noch einer. Den will ich haben. Na, da unten ist hier eine fette Patronie unterwegs. Oh, da hängt die beiden Kicken auf. Wunderbar. Aber ich glaube, die Dicken, die kommen nicht wieder, ne? Hoffe ich mal. Uh, das war ein Ruling, ein Ruling. Wir waren von daher gekommen, ne? Aber da unten lag ja noch ein Kontakt. Ein Item, war das hier? Oder hinter dem Dings hier? Hinter, ne? Da. Ho! Oh, 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 oh. Achtung, Achtung, Achtung. Kügelchen. Wunderbar. War das hier? Nichts weiter. Okay. Nee, greifen tut er da nicht. Oh, da ist noch einer. Hoffe kommt keiner aus der Wand. Wir sind ein Tier. Also, Erfahrungspunkte kann man hier auffahren. Aber das ist mal alles zu Stress hier. Ehrlich gesagt. Beide aus dem Boden, ne? Ah, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Scheiß, die waren da. Jungs, lasst mich in Ruhe. Hier sind wir durch, ne? Irgendwie sind wir hier durch. Genau. Alter, man kann die Dinger ja doch kaputt schlagen, die da, da oben habe ich gerade was gesehen, kommt die irgendwie hoch. Die kann man also kaputt schlagen, die dann in der Erde stecken. Nee, da ist die Kante. Warte mal. Von hier aus und der in die Rühe. Nee. Wie kommen wir da hoch? Von wo? Von da? Da liegen doch auch noch welche. Guck mal, da hinten nicht noch was. Ach nee, da ist nicht nix. Das ist ne Leuchte. Na toll. Wie kommen wir da hoch zum Gerüst. Aber da liegt noch eins. Doch nicht verguckt. Ein Wohling. Ein Wohling. nicht so weit toll Tera du warst schon oben aber hier war ein Greifhaken von dem Haus aus ach kann auch nicht hier lang gehen jetzt mal die richtige Stelle finden stehen bleiben und runtergefallen Tera ja du und deine Steuerung so gehen wir gleich da lang so Kügelchen wie viel? 2 wieder gut da war die Schnellreisefigur Puri Zielang mal hoch schwimmen ich hoffe hier sind keine Fische wie soll denn den Fluss folgen hier schöne Kiste können wir sogar aufmachen oh oh geckiges Gras das haben wir glaube ich auch noch nicht verwendet ne Steiler ich höre hier immer Musik ganz leise hört man so als wenn irgendjemand mit Instrument spielt ich glaube wir sollten jetzt eine Schnellreisefigur machen ah komm ruf hier ey die werden hier weggeschweigt müssen wir doch hier übers Haus oder also hier lang ja 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 wir rasten mal was hinter uns liegt ist egal ich glaube wir müssen da auch nicht weiter hin ich hoffe wir haben alles eingesammelt so die Weg folgen oh was ist hier bing bing oh wer ist das das sieht aber aus wie so eine Bossfight oder das sieht aber aus wie so eine boing 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 genau das habe ich gehört oh oh das haben wir alles in petto wir haben Speer wir haben Feuerwehr Kreisel Kreisel brauchen bestimmt nicht bei dem oder ihr oder was ist da Phantom nee Sabi Maru verbesserte kostet nur ein Geister Emblem wir haben 16 Stück wieder dabei LB 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 LT na ich und LB na versuchen wir es mal was packen wir noch rein ich glaube das war auch ein Bossfight mit der alten und ich glaube da war das auch wo äh äh Saschen wo eigentlich der andere Samurai sitzt den wir da da hätten wir die glaube ich die Belohnung gekriegt die gute warte mal ne den werden wir hier reinpacken ne Göttlich ist krass nein Göttlich ist krass na wo ist er wo ist er wo ist er da da brauchen die so weit durchschalten dann haben wir Kürbisflasche göttliches konfetti ich glaube das war mit dem Geist man kann sie glaube ich auch hier irgendwie hier zwischen hängen noch ist alles ruhig noch ist alles ruhig ne gebt ihr vor mich nicht zu sehen oh wir haben noch den drinnen scheiße äh äh ja 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 mach 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 mich tot urin des wassers ohohohoho total falsch angegangen gerade sind doch gar nicht ausgerüstet moment den doppel ich wollte ich rausnehmen ob die hier macht er für die Sterbeklinge alter die hat ja rein gezwetschelt zwetschelt ok oh oh was war das oh alter da kriegen wir ja nicht mehr einen Todesschlag hin alter das war ja nun gut der erste war ein Fehler da haben wir ein bisschen Bock missgebaut ja nun haben wir die Punkte wieder verloren aah aber man konnte sie glaube ich hier reinstecken ne also hier rein holen alter ja aber Savi Maru soll zwar gut sein aber mhm da bin ich bisschen schwierig finde ich für mich so ok 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 können wir nicht auch äh das Goschins Konfekt ja ok bang Ja, dann weint ihn auch. Egal, wie viele Briefe ich ihm schreibe, er schreibt nie zurück. Und niemand will mir sagen, wo er ist. Aber vielleicht könnt ihr mir sagen, wo Sakusa-sama ist? Nee, kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Also seid auch ihr ein Lügner. Warum will mir niemand die Wahrheit sagen? Ja, ich kann nicht so schnell durchschalten. Das ist doof. Oh, 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 oh. Warum versteckt ihr ihn vor mir? Oh, das ist aber ein harte Gegner. Vielleicht sollen wir noch weiter umgucken. Noch gar nicht dahin gehen. Wir verlieren hier bloß Punkte. Ja, das lassen wir jetzt mal außen vor. Bis wir da ein gutes Mittel finden. Was ist denn jetzt los auf einmal? Stimmt ja, wir sollen ja immer noch den anderen suchen, den anderen Marker-Code. Also doch hier dann und dann nach links und hier dann. Ah, ja, wird das sterben auf der anderen Seite vom Fluss. Den Fluss voll! Aber da waren wir noch gerade, aber da müssen wir an der vorbeigehen, müssen ja an der vorbeigehen. Oder den Fluss hoch, da war dann ein Greifwagen am Fluss. Die können ja den Fluss mal hochstellen. Oh, Wasserfall, Wasserfall, oh, feilte, 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 feilte. So, kommen die nochmal raus? Aber nur, wenn wir uns hier durchkäppen, ne? Ja, 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 nicht, nicht festhalten! Ah, scheiß die Wand an! Scheiß die Wand an! Oh, da ist das Lockenspieler ja auch wieder da, ne? Ja, 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 ja! So, ihr habt, ihr macht mich fertig, ihr macht mich fertig! So, was haben sie gesagt? Wir hochschwimmen! So, genau, da jetzt zu der anderen Tussi. Wir versuchen mal hier da den Greifwagen zu machen. Alter! Hier schon ein Greifwagen? Jetzt sind wir hinter hier! Oh, was springe ich denn? Da! Ich weiß ihn auch nicht, oder? Schon noch viel langlaufen, oder? Ohne, dass wir bleiben. Eine Wäsche will, die also verwehrt sind. Aber die hat doch mit Sicherheit wieder schöne Gebetspfähle für uns. Die brauchen. Ja, ja, da steht sie. Die lassen sie erst mal noch außen vor. Da ist das, ne? Da ist kommt der. Ja. Hopp. 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 Da ist noch ein Glockenteil. Oh Gott! Können wir die übernehmen? Ob wir Glück haben? Warte mal, wir konnten sie unsichtbar machen, ne? Dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Und schauen wieder zu. Ja! Bong, bong, bong. Ja! Ja! Töte sie alle! Aber nicht uns! Noch ist er da. Genau! Geh die mal um, guck. Da! 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 Ja! Das hat ja mal wirklich was gebracht, hier mit seinem. Mit dem Glockentumol. Das ist hier. Lauschen! Was ist hier? Ja! Ich kann es fühlen. Es blüßt sich auch. Es löst sich auch! Ja! Wird flüssig! Oooh! Ähh! Aha! Was löst sich. sich auf. Keine Sorge, den Affen, den wir noch zu erledigen haben, den machen wir auch noch. Keine Angst. Oh, da liegt ein Alte. Den haben wir nicht vergessen. Die haben noch im Hinterkopf. Da würden bestimmt auch noch Gebetspferde herkriegen. Das wird ja auch noch interessant. Wie komme ich da jetzt hin? Unterm Haus durch oder was? Ach, hier. Irgendwie hier. Hä? Drehtür? Cool. Oh, diesmal hat sie sich dahinter was versteckt. Roter Club. Ah, ja. Das hatten wir auch schon einmal eingesammelt. Auch noch nie benutzt, ne? Da, da, was ist hier? Göttliches Konfetti. Fünfmal sogar. Hier hauen alles kurz und klein. Äh, okay. Das ist er, ne? Den wir da mit dem sprechen. Na komm, machen wir mal. Der Trinker hier. Ich grüße euch. Hallo. Sagt, was tut ihr da? Saufen tut es. Es fühlt sich an. Das ist gut. Innen schmilzt es. Aber es ist nicht genug. Weiter einschenken. Bis es überläuft. Kommt zu mir, liebe Leute. Kommt zu mir. Und tränkt. 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 Lagt euch an diesem süßen Nektar. Kommt zu mir. Als Bürger des Palasts. Wir alle. Bitte akzeptiert uns als eure demütigen Diener. Hm. Bisschen komisch der Typ, ne? Nochmal reden. Der ist nur am Saufen, der Typ. Oh. Der Becher ist leer. Doch es genügt nicht. Es ist zu dünn. Es löst sich nicht vollständig auf. So können wir keine Bürger des Palasts werden. Oh. Von welchem Palast? Wasser aus dem Palast. Fülle erneut unsere Becher. Fülle sie bis zum Überlaufen. Bis zum Rand. Ja, ja. Hm. Nochmal? Ja, komm. Oh. Der Becher ist leer. Doch es genügt nicht. Es ist zu dünn. Ist das gleiche. Es löst sich nicht vollständig auf. So können wir keine Bürger des Palasts werden. Oh. Was fülle sie bis zum Überlaufen. Ja. Ist das gleiche. Weil es hieß ja damals, hab ich ja auch gesagt, schon am Anfang. Man sollte hier alle Dialoge so oft kriegen, bis das sich wiederholen. Gut. Und nun? Sind wir hier? Da ist noch ein Item. Was machen wir denn jetzt eigentlich hier? Aufs Dach kamen wir jetzt nicht. Äh. Äh. Die können hier durch, ne? Ja. Oh. Da hoch. Guck mal. Oh. Was ist hier? Ah. Eine Gebetspelle. Haben wir schon drei. Ja. Die ist ja jetzt übrigens diese komische Orisami oder wie sie heißt da. Da liegt noch weiter. Da müssen wir aufs Dach springen. Wenn von hier aus. Der kleine Loch würde nicht hoch springen. Äh. Die müssen doch hier durch springen oder was? Oder gibst die einen Greifhahn? Oder gibst die einen Greifhahn? nach oben. Da. Und? Oh. 500 Cent. Cool. So. Ist die Rückseite wieder? Da wo wir rein. Der Eingang? Dann geht ein Weg weiter, ne? Das war eigentlich hier. Auf der Seite. Da ist noch was. Das ist bestimmt auch Kohle. Leichter Gegenwart. Ah. Da liegt noch eine Hütte. Das ist hinter der Hütte. Oh. 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 Warte mal. Warte mal. Also doch noch mal aufs Dach und dann runter fallen lassen oder was? Hier runter, ne? Ja. Hoffentlich kommt keine Geister oder irgendwas. Automatinschrott. Oh ja. Das können wir brauchen. Nun stehen wir hier hinter dem Haus. Ging's da weiter? Ging's da weiter? Hm. 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 Hier ist ein anderer Weg, ne? Oder? Da ist die Brücke. Ja. Wir hätten auch, glaub ich, so rein... Nee. Zu ihm reingekommen wären wir nicht, ne? Hier vorne haben die ganzen Typen ja gekämpft. Nee. Wären wir hier hoch gesprungen? Weiß ich gar nicht. Glaube nicht, ne? Wir müssen wieder rüber. hin. Hey. Da kommen wir nicht durch. Okay. Müssen wir vom Dach aus. runter springen. Okay. Äh. Äh. Moment. 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 ruhig. Ruhe. 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 Weil, glaub ich, der Doppelsprung geht los immer, wenn er in Bewegung ist, ne? So einfach macht er keinen Doppelsprung. Da muss er schon mit ihm. Was ist hier? Ja, von da sind wir gekommen. Was gibt's hier? Feines? Was ... Ou … Das sieht auch wie ne nach'n Bossfight aus. Was haben wir drinnen? Ditto, ditto, göttliches Konfetti, lassen wir mal drinnen. Wir haben das drinnen. Feuerwerk, dick. Kannst du auch die Bosse irritieren. Wobei, Geister, sind ja Geistererscheinungen, ne? Hier alles im Tag, glaube ich. Kam nicht jetzt die komische Nonne? Ich glaube, jetzt kam die Nonne, da müssen wir wieder... Äh... Das packen wir uns dann noch rein. Was hält denn noch für die Nonne? Kaki, haben wir nur drei Früchte, das macht ja ordentlich Mühe. Bums, wollen wir die reinpacken? Reis, was wird das nochmal? Göttliche Kindes, ne, da, da, da... Für kurz Vitalität, der hier... Selbst bei nicht göttlichen Wesen sorgt, die macht das Drachenblues für eine reiche Ente. Was packen wir da rein? Ne, musige Kürbisflasche nicht. Kontaktmedizin, ne, 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 ne. Akos-Konfekt? Bungos. Kokans-Konfekt. Ha. Ne, die auf keinen Fall. Oh, da haben wir schon sechs Stücke. So, das kommt die ganzen Ballons. Knallsam ist bloß was gegen Erscheinungen. Die haben wir ja hier nicht, ne. Glocke der Hallen, ey. Was können wir denn da noch reinpacken? Das ist nur die Frage, bei der Nonne? Das war ja ein Geistererscheinung. Ich denke mal, wir haben schon wieder unsere Zeit erreicht. Ich weiß, jetzt kommt hier die Nonne. Und das ist ein Bossfight. Und die hat auch zwei Mummeln, ne. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Oh, hoffentlich sterbe ich nicht schon wieder. Wir haben 3100 Punkte. Oh, ja, gut. Egal, ne. Ihr kennt mich. Durchbeißen. Wir werden es das schon schaffen. Also, in diesem Sinne, sage ich mal, ne. Genießt das Wetter. Bleibt gesund. Bis dann. Euer Terra. Ciao.